Das ist Frau Lehmann. Sie ist Lehrerin und will es ihren Schülern endlich einmal so richtig zeigen. Hierfür benutzt sie einen VES 300 Visualizer. Das ist eine USB-Kamera, die ein hochauflösendes Live-Videobild von Texten, Büchern, Aufgabenblättern, Werkstücken, Versuchen, Arbeitsschritten und so weiter liefert. Dieses Live-Bild kann dann auf Beamern, Flatscreens, Smartboards dargestellt oder auch am PC weiterverarbeitet werden. Alles, was Frau Lehmann unter den Visualizer legt, kann so einfach und direkt für ihre ganze Klasse veranschaulicht werden. Die Einsatzmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Das macht den Unterricht für die Schüler viel anschaulicher und interessanter. Außerdem spart Frau Lehmann eine Menge Zeit beim Erklären und bei der Vorbereitung ihres Unterrichts. Der VES 300 wurde speziell für den Einsatz in Bildungseinrichtungen konzipiert und ist momentan der meistverkaufte Visualizer an Deutschlands Schulen. Bei www.sg-versand.de erhalten Sie den VES 300. Bereits ab 99,99 Euro. Mit einer vierwöchigen und verbindlichen Testzeit. Mit eingebauter LED-Beleuchtung. Bequem auf Rechnung. Mit kostenlosem Telefon- oder E-Mail-Support. Mit der Abonniert. Bequem auf den Staffen NAT Und wieder auf denall esquemость. Untertitelung des ZDF, 2020